Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir drei Aktien von der 10x Watchlist. Wir kommen zu Pfizer. Aktuelle Marktkapitalisierung 189 Milliarden US-Dollar, ein Kursumsatzverhältnis von 2,4, ein erwartetes KGV von 10,5 und eine Dividende von ca. 4,7%. Pfizer schauen wir uns zuerst im Wochenchart an und zwar zurück bis zum Tief der großen Finanzkrise 2008, 2009. Pfizer ist aktuell nicht uninteressant, packt euch die gerne mal auf die Watchlist hier. Wir schauen uns das gesamte Fibonacci an seit 2009, seit dem Tief und wir sehen das hier im Bereich zwischen 30, 50 und 28, 80 ist hier die Golden Pocket 61er Fibonacci. Warum gerade das 61er Fibonacci so spannend ist, schauen wir uns noch gleich im nächsten Clip an, wenn wir uns dann die Aktie im Tagesschart und am Ende sogar eben im 4-Stunden-Chart anschauen. Wir zoomen jetzt hier mal ein bisschen weiter rein und sehen durchaus eine interessante Harmonik bei Pfizer. Aktuell auf der linken Seite ist natürlich das Corona-Tief und hier ist die Aktie jetzt direkt im Bereich vom 88er Fibonacci angekommen. Eben auch genau hier auf dem Level, das heißt seit dem Corona-Tief des 88er Fibonacci, seit dem 2008er Tief sehen wir hier das 61er Fibonacci. Diese 30 Dollar und 50 Cent sind extrem wichtiger Support für Pfizer. Man muss allerdings auch dazu sagen, die müssen hier halten, denn ansonsten gehen wir aus Sicht des Corona-Tiefs zum Sterben, weil wir unter das 88er Fibonacci fallen und in einem Wahnsinnszyklus seit 2008 brechen wir dann das 61er und 65er Fibonacci und öffnen uns dann eben damit das 78er und 88er Fibonacci und das wären Targets im Bereich zwischen 20 und 17 US-Dollar. Man muss also ganz klar dazu sagen, diese Zone hier bei Pfizer, die muss halten. Dann kann das hier potenziell ein langfristiger Boden sein, der gefunden wird hier. Wir sehen, dass sie jetzt auch im Wochenchart zuletzt hier überverkauft war am Support. Wir sehen hier ein ziemlich interessantes Falling Watch, das die gesamte Welle D hier definiert und begleitet. Man muss dazu sagen, gerade die Preis-Action, die wir heute gesehen haben bei Pfizer, ist hier nicht uninteressant. Man sieht nämlich hier im Wochenchart keine Verbindung mit dem 61er und 65er Fibonacci. Wir schauen uns aber gleich den 4-Stunden-Chart an und dann sehen wir, was hier vor allen Dingen heute vorbörslich passiert ist. Parkt euch die hier definitiv mal auf die Watchlist. Man muss allerdings ganz klar dazu sagen, wenn ihr euch hier auch langfristig positionieren wollt, denn die hat durchaus interessantes Aufwärtspotenzial. Unter 30 US-Dollar, muss man einfach so sagen, wollen wir mit Pfizer hier eher nichts zu tun haben. Und jetzt sind wir im Tageschart bei Pfizer und schauen uns hier mal die aktuelle Situation an. Und hier kann man wirklich Ziele nennen, unter denen wir mit Pfizer eigentlich hier lokal schon nichts mehr zu tun haben wollen. Nämlich unter den Tiefs vom 28. September und hier vom 13. Oktober. Das sind die Levels 32 Dollar und 10 und 31 Dollar und 80. Das ist hier grundsätzlich kein uninteressanter Doppelboden. Wir sehen auch dieses Falling Wedge hat das Apex hier in etwa Ende Oktober. Also bis dahin müsste die Konsolidierung hier abgeschlossen sein. Und bis dahin möchte ich Pfizer auch sicher über diesem Falling Wedge ziehen. Ansonsten müsste man hier wirklich weiter bärische Tendenzen ansetzen für Pfizer. Habt das mal auf dem Zettel. Und vor allen Dingen ist aber hier auch wichtig, dass wir hier unter sämtlichen wichtigen gleitenden Durchschnitten sind. Unter der 50-Tage-Linie, 100-Tage-Linie und 200-Tage-Linie. Was sie heute jetzt versucht zu erobern mit dem Plus von etwa 4,4%. Das ist hier die 20-Tage-Linie. Also bereits Tagesschlusskurse. Schreibt euch das bitte auf. Unter 33 US-Dollar wären jetzt hier bei Pfizer wieder ein erstes Warnsignal. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne deinen Like da. Das ist der YouTube-Algorithmus. Möglichst vielen Leuten empfehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Und jetzt schauen wir uns das Ganze noch im 4-Stunden-Shart an. Und hier sehen wir vor allen Dingen am Freitag nachbörstliche die Preisection. Das ist die Kerze von Freitag, 22 Uhr. Und die schauen wir uns jetzt mal ganz genauer nachbörstlich. Gab es dann den Dip in diese Zone. Hier sitzen dann entsprechend die Limit Orders der Algorithmen und der Markt drückt die Aktie nach oben. Das heißt bei Pfizer, wir müssen wirklich sagen, dass hier der Boden drin sein muss. Denn wenn wir hier nochmal eintauchen sollten und vor allen Dingen, wenn diese Stops fliegen sollten, dann muss man damit rechnen, dass der Markt die Aktie unter das wichtige Level drückt. Und dann greifen eben die Ziele, über die wir gerade gesprochen haben, nochmal deutlich tiefer zur Downside. Pfizer hochinteressant. Aktuell ist natürlich auch immer ein bisschen unsauber. Diese Preis-Action, ich möchte jetzt nicht sagen schmutzige Aktion von der Wall Street, aber ein bisschen in diese Richtung geht es, dass man sich, das haben wir zuletzt auch bei Walgreens gesehen, da war es vorbörstlich, der Dip in die Value-Zone. Danach ging die Aktie gut nach oben. Jetzt sehen wir hier ein ähnliches Bild. Bei Pfizer ist jetzt von diesem Tiefpunkt aktuell 14 Prozent im Plus. Hab es auf dem Zettel, was wir nicht mehr sehen wollen bei Pfizer. Meines Erachtens sind Kurse jetzt unter 32 US-Dollar. Wir kommen zu Sartorius. Aktuelle Marktkapitalisierung 17,4 Milliarden Euro. Ein Kursumsatzverhältnis von 4,5 und ein aktuelles KGV von circa 31. Sartorius schauen wir uns zuerst im Wochenchart an und zwar im langfristigen Chartverlauf zurück bis 2014, 2015. Wir haben bei Sartorius hier einen rein rassigen Tannenbaumchart vorliegen. Auf der linken Seite senkrecht rauf und das Ganze geht dann senkrecht nach unten. Und man muss hier wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Es handelt sich hierbei dann gerne um lange und vor allen Dingen auch harte Korrekturen. Die Aktie hat zum jetzigen Zeitpunkt verloren etwa 73 Prozent. Wir sehen hier auch durchaus ein interessantes Falling Wedge im Chart. Das schauen wir uns auch noch gleich im Detail an. Ich habe hier auch zwei Zielzonen jetzt mal eingezeichnet für Sartorius. Darüber sprechen wir auch noch gleich im nächsten Clip. Hier war mir jetzt zuerst mal wichtig, dass ihr wirklich auf dem Schirm habt, dass das ein unglaublich starker Zyklus war. Ein unglaublich starker Buying Climax, sagt man also ein absoluter Kaufhöhepunkt. Und sowas wird dann eben gerne, wie gesagt, lang und hart abkorrigiert. Der Wochen RSI steht jetzt derzeit bei einer 31. Das heißt, die Aktie ist jetzt hier fast überverkauft. Sie war sehr stark überverkauft hier am Beginn von diesem Falling Wedge. Das heißt, bei tieferen Kursen nähern wir uns jetzt hier potenziell einer Bodenbildung und haben etwas weniger negatives Momentum. Also bauen wir hier grundsätzlich an einer gewissen bullischen Divergenz. Es gibt ja allerdings noch einige Dinge, die wir beachten müssen und die schauen wir uns jetzt im nächsten Clip an. Wichtig ist auch noch dazu zu sagen, dass Sartorius selbstverständlich unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten ist. Wir sind unter der 200-Wochen-Linie, wir sind unter der 20-Wochen-Linie und da zoomen wir jetzt einmal etwas weiter ins Bild rein. Die haben wir in der letzten Handelswoche auch als Widerstand bestätigt. Da waren wir bei ca. 270 Euro und seitdem hat die Aktie auch jetzt direkt nochmal 20% verloren. Und auch unter allen gleitenden Durchschnitten des Tagesscharts, man muss das hier wirklich ganz klar auf dem Zettel haben, auch bricht uns die Aktie jetzt hier gerade unter das 88er Fibonacci. Das ist durchaus noch mild angesetzt. Ich habe das hier im Corona-Crash geankert, am Corona-Tief, wenn man hier auf der linken Seite das 2018er-Tief nehmen würde, was auch schon im Prinzip im Bereich dieser massiven Aufwärtsbewegung war. Dann sehen wir das erste Ziel hier dann tatsächlich auch erst bei 177 Euro und das wäre auch hier im Bereich von 2019 ein signifikantes Top. Also macht euch das bitte völlig klar. Die Aktie hat hier potenziell noch viel, viel Platz zur Downside, um weiter zu korrigieren. Wir schauen uns jetzt aber dennoch, bevor wir dann gleich noch im Tagesschart die Situation anschauen, uns diese Zielzone an. Und zwar finde ich dieses Falling Wedge hier nicht unspannend. Vor allen Dingen auch die obere Trendlinie ist sehr schön respektiert. Jetzt gehen wir hier potenziell in die Kapitulation, Verzeihung, wir gehen jetzt hier potenziell eben in die Kapitulation drunter. Und wichtig wäre aber, und das muss dir ganz klar sein, dass wir die Aktie nur haben wollen über dem 88er-Fibonacci. Die darf jetzt hier kapitulieren, muss dann allerdings dieses Wedge zurückverteidigen. Und das ist dann durchaus nicht uninteressant, wenn wir sie wieder sehen über 223 Euro. Das ist auch auf der linken Seite das Top, bevor es in den Corona-Crash gegangen ist. Also über 223 Euro kann die Aktie durchaus interessant sein. Und jetzt schauen wir uns die Zielzone mal ganz genau an. Und zwar messen wir natürlich wie immer die Distanz von unserem Wedge ab und sehen dann zur Downside. Wir sind durchs 127er-Extension bereits durchgebrochen. Das ist bereits abgefrühstückt. Das 141er ist hier nicht uninteressant. Das ist bei 218 Euro. In der Nähe des 88er-Fibonacci ist es bei 223 Euro. Das heißt, das ist hier die erste Zone, die potenziell halten kann bei Sartorius. Wenn wir hier sehen, dass sie unter die 218 fällt, dann habt ihr 190 Euro auf dem Schirm. Das wäre hier nochmal etwa vom aktuellen Level 12 bis 13 Prozent Downside. Das wäre dann von dieser Falling Wedge das 161er-Extension zur Downside. Das wäre eine schöne Kapitulation und das 88er-Fibonacci. Wenn das hier bullisch werden soll, dann wäre das allerdings das tiefste Level, was ich sehen will bei Sartorius. Hier müsste dann ein aggressiver Kauf einsetzen und dann kann sie sich durchaus scharf erholen. Wirklich interessant und bullisch wird sie ohnehin erst, wenn wir die obere Trendlinie herausnehmen. Dann könnte hier dann potenziell auch ein neuer Zyklus beginnen. Wichtig ist allerdings, wenn sie das hier rausnimmt, die 189, die 200er-Extension zur Downside von diesem Falling Wedge. Das ist dann hier der Bereich um die 136 bis 140 Euro. Und das ist dann eben auch, wenn wir eben tiefer ansetzen, im 2018er-Tief, hier das 88er-Fibonacci. Da hätte die Aktie dann deutlich mehr Downside-Potenzial. Deswegen, wer hier Interesse hat an der Aktie, schreibt euch das bitte auf. Erst über 223 kann die hier überhaupt interessant sein, wenn wir auch die untere Trendlinie hier zurückerobern. Und richtig spannend wird sie erst, wenn wir diesen Abwärtstrend rausnehmen. Ansonsten hat die hier kurzfristig alles zwischen 13 und potenziell dann sogar nochmal bis zu 35 Prozent Downside hier. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da. Abonnier auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Und jetzt sind wir noch im Tagesschart. Hier sehen wir, die Aktie ist jetzt überverkauft mit einem RSI von 27. Wenn wir uns hier aber mal die Punkte markieren, wo sie zuletzt überverkauft war, dann sehen wir, das hat dann durchaus für kleine Gegenbewegungen gereicht. Vielleicht übergeordnet machst du dann aber dennoch weiter fallende, hochs, fallende Tiefste. Es ist also eine Aktie, die hier ganz klar im Abwärtstrend ist und eben auch in der Korrekturwelle von einem Tannenbaumschart. Das ist eine perfekte Aktie, um wirklich ins fallende Messer zu greifen, um die Verluste dann zu akkumulieren. Das ist eine Aktie, mit der man vor allen Dingen, wenn man sie dann wirklich immer weiter akkumuliert, auch große Teile von seinem Depot nicht nur binden kann, sondern eben auch im Zweifel zerstören kann. Deswegen habt das ganz klar auf dem Schirm. Die Aktie ist in einem aggressiven Abwärtstrend. Denn das ist jetzt die Zone, in der sie sich hier austoben darf. Keine Frage, da können wir sie auch gerne wieder ins Video packen, wenn hier eine gewisse Art der Strukturbildung kommt, wenn hier eine gewisse inverse Schulterkopf-Schulterformation kommt, wenn hier ein Doppelboden entsteht. Jegliche Form der Bodenbildung ist hier herzlich willkommen in dieser Zone aktuell. Vor allen Dingen jetzt mit diesem massiven Gapdown letzten Freitag, minus 11 Prozent. Lass hier auf jeden Fall einige Tage vergehen und schau dir genau an, wie der Markt die Aktie hier in dieser Zone behandelt. Und wenn wir wie gesagt hier eine Bodenbildung sehen und dann wieder zurückkommen über die 223 Euro, wird es extrem spannend, richtig bullisch. Kann es werden, wenn wir dann diesen Abwärtstrend rausnehmen. Wir kommen zu SoFi, aktuelle Marktkapitalisierung. 7,9 Milliarden US-Dollar, ein Kurs-Umsatzverhältnis von 3,4, derzeit unprofitabel und eine Shortquote von ca. 13 Prozent. SoFi schauen wir uns direkt hier im aktuellen Bild an. Auf der linken Seite seht ihr noch die Preis-Action von 2022. Dann hier die Bodenbildung, allzeit tief bei SoFi im Bereich von 4 Dollar und 25 Cent. Und seitdem ist die Aktie hier in einem sehr volatilen Aufwärtstrend unterwegs. Ein horizontales Level, wo ihr bitte Preis-Alarme drunter habt, ist jetzt hier bei 8 US-Dollar. Aber prinzipiell wollen wir die Aktie nicht mehr drunter sehen. Ansonsten müsste man sich hier mindestens nochmal mit einem Backtest der 7 US-Dollar auseinandersetzen. Hier könnte man sich dann nochmal die 200-Tage-Linie genau anschauen. Die haben wir nämlich hier beim letzten Bodenbildungsversuch am 4. Oktober nicht angetroffen. Die haben wir knapp verfehlt um wenige Cent. Hier ist dann auch das 61er Fibonacci seit den 52 und damit allzeit tief bei SoFi. Wenn wir das ankern vom Tief ans Top und übergeordnet, muss man sagen, unter den 7 US-Dollar wollen wir definitiv mit SoFi hier kurzfristig dann nichts zu tun haben. Denn dann haben wir hier auch noch Kurslücken, die geschlossen werden können. Und das 88er Fibonacci seit dem Tief wären dann sogar nochmal Kurse bei 5 US-Dollar bei SoFi. Ich finde es hier grundsätzlich trotzdem nicht unspannend, denn gerade das Level von 8 US-Dollar hat immer wieder bewiesen, dass es starke Kursreaktionen auslösen kann als Widerstand und als Support. Wir waren jetzt hier drunter, sind jetzt drüber und testen es hier aktuell potenziell als Support. Das wäre so ein kleiner Spring-Backtest von den 8 US-Dollarn. Dann muss allerdings das Level hier auch durchaus vom Markt verteidigt werden, insbesondere weil wir sehen, wir sind jetzt aktuell unter der 50-Tage-Linie, unter der 100-Tage-Linie. Aber genau bei den 8 US-Dollar stützt uns hier die 20-Tage-Linie. Und die ist durchaus vor allen Dingen für das kurzfristige Bild signifikant wichtiges Target. Wenn das hier der Impuls war und das jetzt das Korrektiv dazu, der nächste Impuls bringt uns dann an den Widerstand hier von etwa 9,20 Dollar. Und drüber sehen wir dann das Level von 10,20 Dollar. Das heißt, die Aktie hat hier durchaus interessantes Aufwärtspotenzial von circa bis zu 25 Prozent. Dann den kritischen Widerstand dann von 10,25 Dollar. Seid hier aber vorsichtig, denn sobald die Aktie hier die 8 Dollar loslässt, hat die hier auch definitiv nochmal gute 11 Prozent Downside. Man sollte möglicherweise, vor allen Dingen, wenn man hier in einer Trading-Position ist, den Stop im Bereich 7,80 sich mal genau anschauen. Hier sind auf der linken Seite noch ein paar Tiefs im Bereich von 7,90, 7,88 und hier 7,76. Das kann nochmal ein Bereich sein, der bei Dips gekauft wird. Allerdings, wenn wir dann da Tagesschlusskurse drunter sehen, vor allen Dingen, das ist etwas, was wir hier noch absolut nicht gesehen haben in diesem gesamten Bereich. Seit Juni 2023 Tagesschlusskurse unter 8 US-Dollar bei SoFi wären kritisch nochmal für einen Dip mindestens nochmal zurück in den Bereich der 7 US-Dollar. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung, dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chart-Software, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.